Die Teleclub-Cinema-Blockbuster im September. Lass uns loslegen. Die außergewöhnliche Geschichte einer außergewöhnlichen Band und ihrem außergewöhnlichen Frontman. Ich habe vor, das zu sein, wofür ich geboren wurde. Bohemian Rhapsody. Schlepp. Der beste Spion im Geheimdienst ihrer Majestät. Virtual Reality? Johnny English. Man lebt nur dreimal. Wer zum Teufel sind Sie? Das Mädchen mit der Drachentätowierung ist wieder da. Was willst du tun? Ich hole mir zurück, was er mir genommen hat. Verschwörung. Zwei Brüder liefern die rasanteste Komödie des Jahres. Sei mal ein bisschen abenteuerlustig. 25 kmh. Grindelwald will, dass dieser Frieden zerstört wird. Ein dunkler Zauberer bedroht den Frieden. Er ist ungeheuer mächtig. Fantastische Tierwesen. Grindelwalds Verbrechen. Ich habe selber Probleme. Die neuesten Filme im September auf Teleclub Cinema. All right! All right! Lu-